Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Format, den BSK News. Wir wollen euch ab sofort monatlich darüber im Laufenden halten, was es für Neuigkeiten am BSK gibt und natürlich ganz konkret, welche Angebote für euch interessant sein könnten. Ihr könnt also gespannt sein. Wir stehen kurz vor den Semesterferien, aber ihr habt noch eine letzte Chance an Seminaren in diesem Semester teilzunehmen. Lasst euch das nicht entgehen. Gerade für Prediger oder Moderatoren könnten die Seminare Sprechtraining und Rhetorik mit dem Schauspieler Benjamin Stoll interessant sein. Für jeden Kurs gibt es zwei mögliche Kurstermine am 10. oder 11. und am 17. oder 18. Juli. Am 8. Juli um 20 Uhr wird es auch wieder einen Abendvortrag zum Thema Gemeindearbeit menschennah und Christus zentriert geben. Der Abendvortrag wird wieder live auf unserem YouTube-Kanal übertragen. Wenn wir schon beim Thema YouTube sind, auch die Themenreihe von Markus Liebelt, Wie kann Gott das alles zulassen, geht in die zweite Runde. Am 28. Juli wird unser zweiter Teil veröffentlicht. Und dann haben wir noch ein paar andere wichtige Neuigkeiten vom BSK. Wir freuen uns sehr, dass Dietrich Mang seit 1. Juli neuer Direktor am BSK ist. Nähere Infos zu ihm findet ihr in unserer neuen Ausgabe von Lehre und Lebe, die im Juni erscheinen wird. Und auch unser Kursangebot soll in Zukunft online live übertragbar sein. Also viele unserer Kurse wollen wir online live anbieten, sodass ihr, wenn ihr weiter weg wohnt, auch von zu Hause an BSK-Seminaren teilnehmen könnt oder vielleicht sogar als ganze Gemeinde in eurem Gemeindehaus. Informiert euch dazu einfach auch unter info.bsk-mail.de oder besucht unsere Homepage www.bibelstudienkolleg.de. Wir wünschen euch alles Gute, Gottes Segen, bis bald!